Na, nochmal neu. Wir haben einen Eindringling! Schnapp und ihr Bad Boy! Hallo? Wie heißt der Bad Boy? Ich weiß nicht, ich hab Bandler verstanden oder sowas. Bender. Bender? Lars, Lars oder's denn? Was ist er denn? Yo, was hat der am Schild? Ist das ein Mensch oder was? Bad Boy, Bad Man heißt der. Wie heißt denn der andere Bandler? Der hat drei... Seine fröhlichen Zwerge! WTF, Alter? Alter, die Blase ist okay von mir, Alter. Alter, ich glaub der macht Schaden, oder, Tobi? Der heißt Lars. Der heißt Bad Boy, Alter. Los, Tobi! Doch, der muss, hab ich gesagt, doch. Du da, der mit ist. Bester Mann spielt jetzt wieder das Final, ne? Der Hummels. Ich glaub er hat's nicht. Ja, ich merk's schon. Alter, er hat ein Schlag gemacht. 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 Ach, er hat ein Schlag gemacht. Ach, er hat ein Schlag gemacht. Football Talk, oder was? Gerade hör ich. Warte mal. Warte mal, ich lass mal mal kurz gucken. Ey, aber der mag dich irgendwie noch nicht, ne? Alter, fällt schon nur zu Blenders wieder aus. Der mag's, Alter. Uh, Iridium. Okay, der hat's. Draxler hat sich ja den angebrochen, ne? Ja, ja, das hab ich gehört. Das leuchtet hier. Du warst ein Raketenwerfer? Ja, auf jeden. Ach, Schalter hat der Woche auch gewonnen. Ja. Das ist jetzt irgendwie verwirrt, wenn jetzt alle hier reden. Aber übel zu bitter, ey. Ich fühl mich verwirrt, Tobi, wenn alle reden. Und real, Bar sah gestern 2-2. Yo, die Messi und Ronaldo Show, wa? Hast du gesehen? Nee, gesehen nicht, du. Das Ding ist okay. Nee, wir wollten in ne Bar. Wir sind jede Bar in Rostock abgelaufen. Aber nirgendwer konnte das empfangen, weil Sky das irgendwie nicht freigegeben hat. Warte, ich hab nen neuen Skill. Du auch? Jo, Scheiße. Ich nehm das gleich wieder auf. Das war gestern durch Rostock gewandert. Warte, ja, ich will bloß kurz alles verteilen. Ja, wir waren in jeder verfickten Bar. Alter, keine bösen Wörter. Ach nee, ist okay. Die anderen sagen ja auch am... Am langen Wande. Fick dich und... Und shit. Ich hab mir eben aufgefallen und hab gedacht, hm. Man darf vielleicht ne USK-Einstufung von den Youtube-Videos machen oder so? Die ist, Koko. Ja, kann man. Echt? Ja, entweder am 18. oder nicht. Wusstest du das ernsthaft? Habt ihr so? Nein, da musst du glaub ich Partner sein oder sowas. Aber das ist doch sowas hier so ein... Nee, das geht. Du kannst einfach ein Video an der oben jetzt anklicken, glaub ich. Ja, dann musst du dir das anmelden oder so. Ja, dann muss ich das anmelden oder so. Ja, mach einen Schlüssel ein. Führ deinen Schlüssel ein Tobi. Oh, yeah. Ich will das runterstehen. Du habst mich einfach weggeschoben. ich kann mir nicht... Fuck! Hattest du grad für'n Sprübeln mit Fliegungen gemacht, Alter! Yo, Graf, ne? Yo! Hast du ja am Wochenendich so viel verpasst von einem Season Championship, wie du vielleicht mitgekriegt hast. Ja. Übelst doll, ey! Na, den einen Tag habe ich die Spiele alle gesehen. Weil live auf dem Stream, halt, die... als man übelst die Probleme hat. Oh, ich kann 3 Token sein, ne? Ah, die haben ja wohl Azubo... äh, die Cheatens zu mehr oder weniger überführen, ne? Ja, naja, das... eigentlich haben alle... also... die... die meisten wurden wohl, äh, dabei auch... erwischt, das Ziel die EU irgendwie nicht und entfällt, ne? Aber komm, das ist schon blöd, wenn der Monitor direkt hinter ist. Ja. Oh, was kann ich für dich tun? Oh, was kann ich für dich tun? Oh, was kann ich für dich tun? Das geht das gar nicht. Doch, der Doter haben uns das auch schon mal gesagt. Lasst es nicht zu sehr krachen. Normalerweise haben die doch so eine lustigen Knappkosch dazu gekauft. Hö, hö. Ah, das ist... ne, hör auf. Hö, hö, hö. Aber selbst Schulter brauchen sie sich nicht beschweren. Ja. Willst du mein altes Schild haben? Ja, okay. Ich hab' ein viel besser, denn... Wenn es aufgebraucht ist, hätte es eine Explosions-Zubert bei... Weißt du, was mein Schild ist, Alter? Ich hab' nicht... äh... ne. Nahkampfangriff verursachen zusätzliche Reut-Schaden, wenn es aufgebraucht ist. Aber gab dann auch erstmal den übsten Schicksal. Aber ich glaube, wir gehen jetzt auch besser im anderen Channel, was? Wenn die beiden hier die ganze Zeit rumzaukeln. Ja. Ja, könne machen. Ist wohl so. So. Okay, jetzt ist Ruhe hier. Alter, was ist ungastisch los? Genug! Uuuuh! Autsch! Wird ich wissen, ob mein Schild macht und aufgebaut wird. Ach, da ist gar kein Leben da mehr. Ist der hinter der Tür? Soll ich ihn vielleicht mal hier mehr ein bisschen erfunden? Pass auf, Hyperion! Ich schildere dich viel wie Roland! Eine Million Kräten! Hallo? Ist das den Hahn? Du kümmerst dich um die Bloodshots? Sie haben versucht Roland zu erledigen, seit er sie aus St. Jerry vertrieben hat. Können wir nachher wieder aus den anderen Schicksal was sehen. Ich hätt's wissen müssen. Was ist das? Du kannst das mit dem Kau kaputt machen. So kann man das nicht. Was ist denn das? Oh, ich hab's mir nicht mal angeguckt. Was war denn da, Tobi? Granaten-Mod. Schön. Ja, war schlecht. Ja, äh, ich glaub der war besser als meiner. Schmeiß meinen Schild. Schmeiß meinen Schild. Schmeiß meinen Schild. Schmeiß meinen Schild. Warum ist mein Spiel mit einmal so laut? Wir müssen mal kurz nach der Pause machen. Mein Game ist laut. Was? Mein Spiel ist laut geworden. Mach mal kurz... Meinst du auch? Mach mal kurz, mach mal kurz Pause. Okay, jetzt ist mein Spiel. Jetzt ist mein Spiel so laut. Okay, warte mal kurz. Warum ist mein Spiel so laut? So blöd für mich auch. Operation. Audio. Das ist normal. Okay, ich mach nochmal kurz Aufnahmestand. Äh, Tobi kann nicht warten. Ich kann mein Sound nicht machen, Leute. Es ist doch jetzt laut. Beschwert euch bei Tobi. Danke. Ah, Alter. Geht mir grad voll auf Eier, dass das so laut ist. Bleib wo du bist. Bleib hier mal! Hörn dich! Weg hier! NERNYeah! DARN BuP Croond! érieur! Bleh! AHHH! NAAAAAAAA! Hörn dich. AHN! Hörn dich, halln dich! synchere DER accesoirstットwm!! Du Ninton! NEX! Alter, ich wär taub! So bzw. Okay, hör auf! To fac我的 Mickey! Jetzt weiter! Still! Knallfrosch unterwegs! Ich hab noch genug. Aber ich wär grad langsam tauch, Alter! Das war nur ein Holo-Farier! Ich liebe meine Kräfte! So, Tobi, jetzt warte, ich geh aus dem Spiel, weil mein Sound nicht hinhaut, verstanden? Gut! So, ich hoffe mal, dass jetzt geht! Mal wieder! Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt! Naja, das ist schon wieder so'n Scheiß-Ting mit Max' Gesundheit! Hm, das ist Feuerschaden! Nee! Ähm, hier unten hab ich was gesehen! Was hast du gesehen? So'n Borderlands-Zeichen! So'n Borderlands-Zeichen! So'n Kammer-Zeichen, ne? So was, was man aktivieren kann! Oder auch nicht! Ja, oder auch nicht! Was kann man hier machen? Ja, oder auch nicht! Kein, bis jetzt! Vielleicht kommt da noch irgendwas! Ich hab das noch mal genackt! Ich hab das noch mal genackt! Da sind wir oben drauf! Nee, guck hier hin! Muni! Oh, das ging einfach! Ich bin bei der Kauge! Ich bin bei der Kauge! Ne, ich bin bei der Kauge! 100.000 Költen für Rowland! Mein letztes Wort! Echo zurück! Lasst uns endlich verhandeln! Stefan Hibern und Rowland in den Träume! Selbst wenn sie ihnen den Blaschatz nicht abkaufen... ... das werden ihnen sich wohl! Beeil dich! Am Gott nein! Am Gott nein! Am Gott nein! Oh nein, meine Götze gewiesen! Oh Scheiße! Ach da hinten ist so ein scheiß Tomb, so wie das ist deine Aufgabe! Der tot, der tot? Lass sie ab! Lass sie ab! Lass sie ab! Reinkörper! Eine weitere Herausforderung gemeistert! Hat uns ne Herausforderung geschafft! Oh! Sie fliegt euch den Fleißwolf! Ich mag das Schraftschutz in der Welt! Welche waren das? Hast du jetzt die gefunden oder wie? Ja, das J-Cops den! So, was wir am letzten Mal gefunden hatten oder was das Starken war? Ja! 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 Oh, ich sollte hier vielleicht nicht stehen! Wir sind hier gegen Ayatta oben! Wie kommt der Typ hinter mir? Ich habe gewonnen! Was hast du gesagt? Ich hab so nen Bruiser gewonnen, Scheiße! Und tschüss! Ich hab da in der Mitte! Burn, mutterfuck! Alter, das Feuer macht Aua! Oh, das war ja leicht zu ernten, das Passwort! Schönen Waffe, jetzt geh wieder. Wo ist das hier? Was denn das ist ein Sniper? Die besser, ne ne? Wo ist denn sein Laden? Ich will mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauft bei mir ein. Und diese Bremsen Raiders sind in Nullkommanix tot. Ich will auch Waffen von denen. Der Sender vom Radio wechselt sich irgendwie nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Sieh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Gendorra Hohe die Sniper schon besser dran wollen? Mehr will ich gar nicht. So, nur noch. Und ich weiß, dass wir die Sniper sind. 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 Wir wissen, dass ein Pino jetzt sie öffnen will. Aber nicht warum. Wenn du Raiders reitest, haben wir vielleicht eine Chance, Jet aufzuhalten. Ich habe hier auch alleine. Ja, ich nicht. Ach, da ist noch ein Typ mit einem Schild. Ich glaube, ich habe deine Aufmerksamkeit gerade. Ich bin Pano. Ich bin Pano. Force. Okay, nur noch drei Lebenspunkte. Hast du nur noch 3 Lebenspunkte? Ich habe hier aber gesagt, wenn die Sniper sind und ich sperr. Stopp! Ich brauch mal weiter Energie, muss ich. Wenn du die nächste Mal siehst, sag mal Bescheid, ne? Das ist mal ne Taktole. Volg nicht. Der ist da oben. Alter, den kriegt man hier nicht. Jetzt verkauf ich dich, wenn du die nicht haben willst. Irgendwo ist der hier. Ich brauch Leben. Naja, such mal die Kisten da. Ich bin der mal weg. Klar, hier sind sie. Oh, da ist SMG-Monitor. Das ist nur ne andere, ich hab ne andere für mich. Warte, lass das. Warte, lass das. Geht doch. Piss auf, steht da. Hinter dir zu ihm. Halt deine Hand nur auf deinem Kadabar. Was ist denn so ein Verhältnis? Ach, da ist ein G noch. Ich weiß jetzt gar nicht, machst du die Geräusche gerade? Oh! Oh! Der Arsch. was denn? Ma'nni? Au! Au! AUF! Alter, da oben ist eigentlich das so ganz toll weh. Wieso regenerieren wir eigentlich Leben? Was zum Teufel hat mich gerade getötet? Keine Ahnung, Christoph. Ich hab keine Ahnung, was war. Oh, der ist hier mit dem Raketenwerfer, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir den Tod kriegen, oder? Okay, den halt ich eh gedrückt. Ich glaube, ich komm nicht rechtzeitig hin zu dir, oder? Nicht, wenn mir die Munition ausgeht. Hast du dich wiederbelebt, oder? Ja. Hier muss ja irgendwo ein Raketenwerfer sein. Ah! Da kommt ein Badass! Lass deine Ausrüstung fallen! Dann lass ich dich gehen! Au! Alter, will der mich verarschen? Das war eine Rakete. Guck mal mein Leben, Mann. Keine Ahnung. Irgendwo oben. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich hab irgendwo eine Rakete immer wegkriegt. Aber sofern du eine abkriegst, bist du komplett am Arsch. Da war da kein Schild mehr. Das wird dir nicht gefallen. Ja. Ja. Ja.